Guten Morgen, ihr Traumpiraten. Was für ein Spiel gestern. Und wer am Montag beim Livekochen dabei war, da habe ich es prophezeit. 3 zu 1 für meine Bayern. Ich muss es ganz offen und ehrlich sagen. Und ich bin stolz darauf. 1 für Dortmund, allerdings nicht von Haaland geschossen, aber dafür ein sensationell gutes Tor von Marco Reus. Und zweimal Lewandowski, einmal Müller. Geil. Super. Untertitelung des ZDF für funk, 2017